Wir beten für die Opfer und Angehörigen des heutigen grausamen Angriffs in Sutherland Springs, Texas. Dieser schreckliche Akt des Bösen passierte während eines Gottesdienstes. Wir können unsere Trauer und Schmerz nicht in Worte fassen und wir können uns nicht vorstellen, wie schlimm das für die Angehörigen der Opfer ist. Unsere Herzen sind gebrochen, aber in dunklen Zeiten wie diesen machen wir Amerikaner das, was wir am besten können. Wir halten zusammen, wir reichen einander die Hände, durch Tränen und Trauer bleiben wir stark. Die Regierung bietet vollste Unterstützung für den Staat und die Beamten, die diese grausame Tat untersuchen. Ich habe mit Gouverneur Abbott gesprochen und wir bedanken uns bei den Leuten, die den Täter stoppen konnten und die den Opfern sofortige Hilfe angeboten haben. Ich werde diesen Fall genau verfolgen. Ganz Amerika betet. Möge Gott den Verwundeten und ihren Familien helfen. Wir werden ihnen immer zur Seite stehen. Dann können wir sie jetzt... Möge Gott den Verwundeten und den GymIKB